Willst du irgendwas sagen? Ähm, nee. Bitte! Umsicht, pack! Hurra King, Alter. King, das kracht. Schnelle, einzelne, gezielte Schüsse, kein Dauerfeuer, keine Säden. Severin, nicht so viel Computerspieler spielen. Nicht so viel Computerspieler spielen. Bitte! Entfernung, Entfernung, Entfernung! Geil! 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 Die Unterrichtung, Stolz Geil! Ja, wie geht's dir? Gut. Hast du einen schönen Tag? Ja, bist du? Seh ich gut aus? Ziemlich gut, ja. Scheißegal. Nein, überhaupt nicht. Achtung! Achtung! Fuck! Wir haben das Essen für uns vorbereitet, es gibt Falafel. Das ist eine mega geile Ausrüstung, muss ich mal sagen. Wir haben hier mein Sach, mein Sach. Gemischte Sach, Simons Sach, mein Sach. Und hier gibt's das Essen. Das Essen ist so toll. Ich esse die ganze Zeit von Kuchen. Aber, also, wenn der nachher leer ist, ich weiß nicht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Singen. Heute wird endlich mal gerappt, richtig. Jetzt machen wir in dem, in dem unteren Haus. Der Wreck jetzt erst der Julian, glaube ich. Da wird irgendwo noch ein Türrahmen angezündet. Das sieht bestimmt auch geil aus. Die weiße Taschen stehen, letzte Nahrung aufgebraucht. Gibt noch was zu essen und die Gelder aus dem Wasser. Ah, das ist schon geil aus. Woah! Wohooo! Biste immer! Mod daz! Untertitelung. BR 2018 Einen schönen Applaus. Danke an die Leute. Danke an unsere Feuerjungs. Danke an Severin für das geile Lied. Vielen Dank. Danke an Lutec für die Ausnahmeleitung. Danke an Eurelia. Danke schön an unsere beiden Grenzgänger Jungs. Danke schön an unsere Maschke. Danke schön an unseren Mannach. Danke schön an unseren Making-Off. Uuuuuhh. Schau gut, Alter. Richtig gut, wir haben richtig hart gearbeitet und die letzten drei Tage. Es ist Ende. Severin komm auch dazu. Mannach komm auch dazu. Du auch. Komm her. Wir haben hart gearbeitet. Es war ziemlich heftig, war ziemlich cool. Wir haben viel gemacht. Heute wird ein fettes Ding. Komm her, Aurelia. Ich hoffe, man kann sich drauf freuen. Äh, drauf freuen, dran freuen. Ja, freuen sich drauf freuen. Unter freuen, neuen freuen, wieder freuen. Und wir brauchen einen Monat. Und dann an der Premiere sind wir alle wieder am Start. Wir haben den 6. Juni. Der Carsten hat gerade angerufen, der will abgeholt werden. Der Carsten wird abgeholt werden. Und dann würde ich sagen, wir haben Dreh. 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 Wir haben Dreh.